ARD Text im Auftrag von Funk Aber wir haben gleichzeitig gefunden Wo bist du? Bist du in meiner Lobby? Man sieht die Leute Ja, ich seh dich Du Schmarrt Alter Let's go Was kriegen wir Schönes Du hast für alle geskippt sogar Ich hab nichts gedrückt Nein, nein, ich weiß nicht Ich wollte gerade aber Kann man bei dem Tetris Ist es da wichtig, dass da Bomben drin sind oder nicht? Was ist das für ein Game? Du musst ganze Reihen bilden Nach oben oder zur Seite, ist egal Aber machen die Bomben einen Vor- oder Nachteil? Drei Zwei Eins Du versuchst eine Reihe zu bilden Entweder ganz links nach ganz rechts Du willst das komplett durch haben Okay Glaube ich Was macht die Bomben? Ja, das mit den Bomben ist das Problem, ja Ich glaub die sind gut, oder? Voll rein In Michelle Fieder Nein, ich Idiot Ich fiel dir so rein Wie dropp ich denn wieder was? Einfach aufs Felsding glaube ich Ich kann es nicht droppen Ach, ich kann es auch löschen da rechts Das war so bad, Plate Nein, abgelaufen Das war so bad Das war so bad Das war so bad Die explodieren dann, machen die Münzen kaputt oder so Die zerstören noch mehr Felder einfach Jetzt wird gehämmert Das ist ein gutes Game Das ist noch die leichte Version Das ist nur mit drei, ja Fuck Ich frage jemanden hier Nein Du hättest Bomben Ach, da war ein Goldener, der hat sich dann runter gesetzt und kam direkt eine Bombe raus Das wäre nicht noch am Spacken war Der Fade Ja, da ging mehr Da ging mehr, man der Held Also die erste Runde habe ich so hart verschissen, dass aufholen jetzt ein bisschen Krise wird, ne? Ich bin aber auch Tetris World's West Player, ne? Das ist nicht mein Game Ich verkack halt immer in diesen scheiß Bowser-Spielen Bereit? Boah, jetzt soll ich nur die Gold nennen Start! Warum kriege ich jetzt ein Sparky? Das ist so scheiße Alles läuft bei mir in Zeitlupe, das ist so unfair Ja, das ist aber Also das ist kein Bug oder so, das läuft wirklich in Slow-Modern Ja, aber warum kriege ich den ab? Oder kriegt den jeder ab? Ne, da hat einer auf dich abgesehen, glaube ich Ich habe gechokt Ich habe geintet am Ende Ich habe geintet am Ende Das war eine Kack-Runde Das war eine Kack-Runde Oh, ich bin Vierter wieder Ich bin wirklich aus dem Elf Oh je, Mine Nee Toll gemacht Aber Viertag genau vorm Bowser-Spiel zu sein ist halt kacke, weil jetzt hast du viel zu verlieren Je weiter hinten du bist, desto weniger Strafe bekommst du Ich gewinn das einfach und krieg gar keine Strafe Ja, das wäre gut Das wäre nicht schlecht Also solange das Kisten-Game nicht kommt, was absolut random ist, dann ist easy Kisten-Game, Kisten-Game, Kisten-Game Das ist so schlecht Ja Das ist richtig gut Das ist mein Lieblingsspiel, das kann man gar nicht fassen Ich glaube Nummer eins, also eins garantiert, zwei kann man echt auch noch machen, aber Nummer drei nicht Letztes Mal habe ich es auch nicht geschafft Drei geht mit Witt nicht Ich mache kurz meinen Leg-Switch an Mach Leg-Switch Damit man sind so Mach Clip Kann man dann ein Sparking rüberschicken Mitte Du musst Mitte stehen um zu save Ja, 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 klar, weil sonst in den anderen sind jetzt auf einmal mehr Bomben drin Olli Warum geht das so viele in die Mitte, ey? Gooby Fortnite ist auch da Das ist jetzt, das ist jetzt ein Zähn schwer Aber machbar Ich weiß es Ich weiß es Das war machbar Das war machbar, Gooby Fortnite Jeder hat's gesehen auch Nee, 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 nee Lianzi und Fabiana haben's nicht gecheckt Das ist jetzt unmöglich Also sage ich wirklich, das geht nicht Das ist Gamba Man braucht irgendwie einen anderen Blick, glaube ich, dafür Loslassen Loslassen Lass es würfeln Okay, die meisten sind sich einig, aber Oh Boah, die zwei, die zwei da, Jungs Ich war mir so sicher mit rechts Ich dachte, ich hab's die ganze Zeit gesehen Ende Lass los, Dalo, man kann das nicht sehen Das ist Gambeln Mein Schatz ist sich eigentlich gewesen, Mitte oder rechts Links Also links hat keiner gesagt Ja, weil Die Leute Das sind aber auch die Leute, die dann sagen So, ja ich hab's gesehen Doch, doch, das kann man sehen Safe Nein, das ist so gewürfelt Also du rätst nur hundertprozentig Oh Mit 30 Feldern zurück bin ich ja immer noch weit Erster Keine Ahnung Ja Oh je, Mini Dieses Gespam ist immer noch mein Nein, nicht schon wieder Ja doch, das wird jetzt nur schneller Das ist doch nicht mein Game Da ist ne Rode Münze jetzt auch noch frei, okay Guck mal, es gibt einen Mülleimer jetzt rechts Den gibt's die ganze Zeit schon Ja, aber ist ja voll weit weg Ja, ja, das ist die Strafe dann Was mach ich da? Kann man die wieder replazieren? Nee, hab's versucht Scheiße Ich bin World's Worst in dem Game Also wirklich, bitte lass nicht sofort los Das ist ja krank Ich bin so ne Vollkatastrophe in Tetris Das kannst du keinem erzählen Boah, Wahnsinn Ich bin so ne Vollkatastrophe in Tetris Seid abgelaufen World's worst Wie war ich, wie war ich? Wenn du so fragst, gut wahrscheinlich Ich weiß es nicht Ich war sogar zweiter und war so schlecht Also wirklich verrückt schlecht in dem Game Die Leute sind auch nicht so gut, glaub ich Oh je, mi ne Das ist echt nicht mein Game Das macht mega Spaß, das Tetris Spiel Dann hast du schon so eins von deinen Lieblingsgames Du bist so ein OG, der wirklich damals so Tetris gespielt hat Wirklich, das ist verrückt World's worst game Hier, Reapers, für dich Ey Bro, bitte Von mir Für dich Hier, Kamek für dich Jetzt machst du erstmal kurz einen ruhigen Alter Mach die Ketten auf Mach die Ketten auf, Alter, Mann Was denn? Hey, die Goldenen sind Instantly spawned Runde 4 Runde 4 Runde 4 Topp medaille Kamek Fünde dich O,o, weil du zweiter bist Wir müssen beide, dass dass das der QuatArus ist Ich überrunde dich noch, Reapers. Ich sehe dich. Tetris ist unter. Das ist dein Game einfach. Der zweite ist eine Runde hinter mir. Und Tetris kommt jetzt nochmal. Und Tetris kommt nochmal. Das Ding ist ja beschlossen, bevor es einbefangen hat. Aber die Bowser-Games werden mich wahrscheinlich wieder bumsen. Aber backen wie der Blitz ist nicht meins. Das Brot sieht sehr lecker aus, muss ich sagen. Ja, sieht schon sehr gut aus. Ich habe es zu früh rausgeholt. Gänse. Ich ziehe zu früh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was mache ich da? Oh, welche Gehensatz. Kamek. Mach mal nicht. Nicht ich. Ich bin nicht Zweiter. Geil. Boah, wie ich den gespielt habe. Alter, habe ich das Game gespielt. Ich habe eine Sache verpasst. Der Oni Baloni hat den gesnackt. Wahnsinn. Voll gemacht. Jetzt kommt ein Bowser-Game. Ich weiß nicht, ich feiere das nicht so, aber dass die Games nochmal im Schwer kommen. Dann lieber mehr Abwechslung. Ja, ich verstehe aber dann lieber nur schwer. Ja. Ja. Same. Genau so hätte ich auch gesagt. Gleich schwerste Stufe. Aber wenigstens immer andere Games. Aber ist schon okay. Ist schon mal, weil hier Nintendo traut sich mal was. Schon ein wildes Game. Was kann das? Wie geht das Game? Du kannst mit A hochklettern, mit B runter. Lava steigt immer und es kommen Kugelwillis von der Seite. Also nur dodgen. Ja. Du musst nicht mal ganz nach oben kommen. Also es ist nicht so, wer als erstes oben ist. Es reicht, solange du am Leben bleibst. Okay. Also nur A, B. Ja, also A hoch, B runter, ja. Und du spielst oft over time, ja? Ja. Guck ihn dir an. Was macht das Schwein da? Schnipp. Tano, schnipp. Start. Ach, man muss spannen. Ja, du musst. Ist ja alles gut. Du musst ja nicht rennen. Guck mal, jetzt stehen wir ja hier. Ein bisschen chillen. Du hast da eine Lava gestorben, oder wie mich? Ja, fast. Ah! Ist man instant dead, wenn man geschlossen wird? Ja. Hey, Reepers. Ich bin da. Ich bin da. Mein Hintern. Hinde! Ich wusste nicht, dass ich 1 zu... Oh Mann, ich war sogar safe, ne? Du warst safe, ja. Das war nur eine Sekunde bis zum Winden. Oh, nee! Und jetzt eine Runde täglich. Das ist jetzt auch schwer. Let's go, ja? Hey! Das ist auch ein cooles Game. Ja, fliegt alle weg. Reepers ist... Boah, du bist knapp hinter mir, Reepers. Nur 4 Felder. Ich seh dich doch da. Oh je, Mini. Wo ist Globy? Globy? Ich weiß nicht, wo Globy ist. Warum steht der nicht? Doch, der ist vor der Ziellinie da. Hä? Warum wird da aber keine 3 angezeigt? Ja, ist unwichtig, die 3. Weg. Ich bin ein Arsch. Bin ich wirklich? Wow. Was mache ich damit, wenn ich es nicht greifen kann? Ich bin so doof. Ich hasse es hier, so sehr, ne? Ich habe mir was gesagt, was nichts anfangen kann. Geil. Oh, diese Blöcke haben mich jetzt ein bisschen gebumst. Leider. Oh. Oh. Ich bin ja schon durch. Ich habe einen Kugel, Willi. Wie kannst du denn durch sein? Warte mal. Ich bin eine ganze Runde vor dir gewesen. Ach so, das ist ein Ziel, meinst du? Ich dachte, mit dem Game bin ich hier im ersten Mal vertreten gewesen. Ja, jetzt sehe ich die Hälfte der Minispiele ja gar nicht mehr. Jetzt hockt ich ja jetzt noch drei Bowser-Games oder so. Naja, wir spielen noch lange. Wir spielen noch lange. Wir machen noch eine ganze Runde hier erstmal. Also, Tetris ist echt, bin ich echt schwach drin. Also wirklich sehr schwach auch. Auch mal unter sieben Minuten hier den Win wollen. Egal, ich kann noch mal hauen. Ich glaube, wir Robo's spielen. Gutes Game. Man kann sich jetzt umdrehen. Warte mal, das konnte man die ganze Zeit oder und man konnte diesen großen Goldenen. Den großen Goldenen, den kann man hauen. Das wusste ich gar nicht. Ja, Reapers. Oh mein Gott. Ich habe die ganze Zeit jetzt Bombenweich gebrochen mit. What? Oh mein Gott. Ich habe die ganze Zeit. Ich kann sich umdrehen. Ich dachte, das sind nur die Vorderen. Dudes. Aber die beiden Goldenen, die daneben sind, sind neu. Diese kleinen. Dudes. Die beiden kleinen. Oh, doppelte Münzen. Aber die beiden Goldenen, die daneben sind, sind neu. Diese kleinen. Die beiden kleinen. Oh, doppelte Münzen. Jetzt go. Ey, der Welt. Ey, der Welt. Aua. Junge, was hier abgeht, auf einmal, wie Gold sie ist. Aua, wow. Junge, was hier abgeht, auf einmal, wie Gold sie ist. Ja, die wollen halt das Spiel beenden, wo ich so weit vorne bin. Ja, ja, die wollen beenden. Ah, du bist doch beim Ziel. Ja, ja, das ist fertig. Nice. Da stehen wir ja jetzt endlich zu dritt da. Bitte nicht nochmal. Bitte nicht nochmal Tetris. Alles, nur nicht Tetris und Truhe. Komm mal, eine gute Minute nur hinter mir. Können wir gleich nochmal suchen? Bist du schon auf erneut spielen? Bin schon drauf. Die Rangliste. Was denn? Schmeckt, wann ich erster war. Durchgehend. Jedes Game warst du Minigame erster. Also, wann du erster warst. Mich hat nie einer überholt. Ich war immer Platz 1 auf dem Board. Ach so, ja. Check, check, check. Äh, warte. Ich krieg grad Medaillen-Reapers, unzählige. Du kannst auch einfach überspringen. So, ich bin jetzt ready, ja. Minus oder bloß? Auf 3 erneut spielen. 1, 2, 3. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020